Servus, hier ist Judith vom Schlösser Online-Magazin. Heute eröffnet die neue Spitzingalm am See und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Grüßt euch, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu uns in den Hütten kommt, auf die Spitzingalm, ab jetzt für euch geöffnet. Jeden Tag frische Schweinsbrauen. Am Freitag in der Frühjahr gibt es immer frische, hausgemachte Weißwurst von mir und natürlich täglich frische Brezen, die wir an unserem Brezenback oben, vielleicht schwenkt der dann noch herüber, frisch rausbachen. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht dazu sagen. Kommt vorbei, schaut zu euch ab.